Polizeiberichte Berlin 24. September 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Motorroller in Flammen Nummer 1876 In Lichtenberg brannte gestern Abend ein Motorroller. Zeugen hatten gegen 22.10 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem sie die Flammen an dem Fahrzeug, das in der Kubornstraße vor einem Wohnhaus stand, entdeckt hatten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Motorroller wurde jedoch bei dem Brand vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, derzeit wird von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Bericht Kradfahrer beim Fahrstreifenwechsel erfasst und schwer verletzt Nummer 1877 In Friedrichshain ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste ein 23 Jahre alter Autofahrer, der gegen 16 Uhr auf der Mühlenstraße von der Mildritannackstraße aus kommend in Richtung Editkissstraße unterwegs war, beim Fahrstreifenwechsel einen in die gleiche Richtung fahrenden Kradfahrer. Der Zweiradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und wurde schwer verletzt. Das Krad wurde in die Luft geschleudert und schlug auf dem Radschutzstreifen der entgegengesetzten Fahrbahn auf. Verletzt wurde dadurch niemand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 40-jährigen Kradfahrer zur Behandlung seiner schweren Rumpverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City. Bericht Vor Polizei geflüchtet und mehrere Unfälle verursacht Nummer 1878 In Reineckendorf nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend einen Mann fest, der zuvor versucht hatte, sich mit einem Fahrzeug einer Polizeikontrolle zu entziehen und dabei mehrere Unfälle verursacht hatte. Gegen 21 Uhr bemerkten die zivilen Einsatzkräfte in der Residenzstraße einen Audi und entschieden sich, den Fahrer einer verkehrsrechtlichen Kontrolle zu unterziehen. Nachdem sie Blaulicht und Martinshorn an ihrem Fahrzeug eingeschaltet und dem jungen Mann signalisiert hatten, anzuhalten, gab dieser stattdessen Gas und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizisten folgten dem flüchtenden Wagen. Beim Abbiegen von der Friedrich-Wilhelm-Straße in die Breitkopf-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über den Audi und stieß mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen. Trotz des Verkehrsunfalls setzte er seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort und verlor wenig später abermals die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Linksabbiegen von der Raschdorf-Straße in die Sommerstraße kam der Audi von der Fahrbahn ab, fuhr gegen drei geparkte Fahrzeuge und geriet auf den Gehweg. Ein Zeuge musste zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Die beiden Insassen des Audi flüchteten nach diesem weiteren Verkehrsunfall zu Fuß. Die Polizisten folgten dem Fahrer, holten ihn ein und nahmen den 23-Jährigen wenig später fest. Bei der Festnahme verletzte sich einer der beiden Beamten am Finger und musste seinen Dienst anschließend beenden. Dem Festgenommenen, der einräumte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, wurde vorübergehend die Handfessel angelegt. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam, konnte der 23-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der Audi wurde beschlagnahmt und zum Sicherstellungsgelände transportiert. Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittlungen Die Ermittlungen Die Ermittlungen